Jo Leute, willkommen auf meinem Kanal, ich will mal wieder Mauernkrieg in Paradies Palms Natürlich mit drei anderen, das ist hier der Abonnent, denke ich mal, hallo Und das ist natürlich mein Kumpel, hallo Alles klar, und dann noch Okay, danke, tschüss Und dann noch so ein, Herr Aufmann, und dann noch so ein netter Kumpel, hallo Okay, Papier Ich will mal wieder Mauernkrieg, ich glaube, ich muss es nicht mehr erklären, ihr wisst es schon Ansonsten, tschüss 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 Danke So Leute Okay, schon weiter kommt alles zu, der erste ist schon gestorben Der erste ist schon gestorben, nice Ja, es geht immer direkt los Ja, es geht immer direkt los Es geht immer schon direkt los Immer Oh nein, das ist Ja, du musst Ja, das ist Nein, nein, du bist schon draußen jetzt Mach dann einfach nächste Folge dabei Hey, hey, okay, okay 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 Okay, redet aber bitte, dann muss ich beleidigen Ja, alter, mein Gott Wie dann Oh Was hast du? Ja, mei Als ob Kommt, ob du die Limm Als ob du wirklich so goldene Skar hast Ja Floriano Ich würde sagen, du bist ein Tod, oder? Nein, 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 nein da rein ich habe mich koreaner genanntes ich muss ihn töten alles klar was machst du könnt jetzt bitte damit aufhören danke schon leute als erst ich euch mal sagen dankeschön an die 40 abonnenten auf jeden fall hätte ich nicht gedacht dass wir es schon so schnell schaffen also wir haben es wirklich sehr sehr schnell geschafft hätte ich nicht gedacht ich dachte wirklich gebrochen etwas länger okay gestorben so Leute es sieht nicht so gut aus oder was sagt ihr das so ich finde man muss uns so lange der Befugnis okay und welches ja die äh ja moin ja moin auf jeden fall hat einer schon mal verlassen ich denke mal sein internet mutlu muss los oder muss los macht hier macht die party Leute lol ich habe einen getroffen nice ja Leute habt ihr das gerade eben gesehen das darf ich jetzt wirklich nicht laut sagen sonst äh 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 leute mein Not ist wirklich nicht auf gar keinen Fall also er hat schon ein Budget an ganz 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 ja ich bei hallo 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 macht weiter das ist nicht scheiße dann muss ich hab da auf jeden fall noch einen gesehen auch nein nein ich habe ich habe wirklich auf also ich habe wirklich gar keine Prozent abgewirkt gar kein abgeworfen ich bin hartkommen genau ja ich bin meine volle gelaufen wuppert mich noch einmal ja moin Obwohl Leute Was? Okay, ja, ja, wir warten schon. Ding! Leute, ich hab keinen... Oh nein, mein Handy! Oh nein! Oh nein, mein Handy. Meine Mama hat mich angerufen. Das... das war nicht... Ja, moin! Was? Leute, ich hab einfach nur Angst. Meine Befehl hast du gegeben. Leute, ich spiel grad... Wie ein... Losgehen. Was? 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 Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Bis jetzt... nur du. Ja, bis jetzt nur du. Ja. 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 Was hattest du für Sachen? Leute, ich nehm halt nicht die Schrotflinte mit. Warum? Ich kann mit der Pump irgendwie spielen. Ich weiß auch wirklich nicht warum. Aber ich kann irgendwie mit der Pump besser schwimmen. Ne. Ne. Ich brauch das Jacke, weil wirklich selber. Sorry. Entschuldigung. Ähm... Leute, wo ist der? Ja. Kurz vor dem Nachladen. Na, wie war's so? Jolo bei Go. Was? Ahaha. Ich hab' nen Granatwerfer. Ich hab' nen Granatwerfer! Ich hab' nen Granatwerfer! Wenn die bitte waren, habt' ich das hier? 等 ruhig! leute es sieht gerade für mich sehr sehr gut aus auf jeden fall alter er wird geschossen hört mal auf bitte ihr seid nicht dabei ach so ja aber nein nein was Er kommt auf die Zielbattern. Auto! Die Wiese kommt schon! Auf zu snipen! Mann, Leute, was ist das? Sind wir auch hoch, auch wenn ich bei dir kapiert? Weil das wird gut, also... Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer für mich. Leute, was soll ich machen? Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Also, du freust mir... Ne, also, das ist mir egal, ich bleibe jetzt hier, also... Das sehe ich nicht mehr ein. Wissen denn. Tentadier! Florianer, sieh dich! Ei, hat aufzuschießen, bitte! Alter! Doch, siehst du weiter! Ähm, hä? Jetzt habe ich dich ver... Oh, oder? Hä, ich habe dich jetzt irgendwie verloren. Also, Leute, das sehe ich einfach nicht mal ein. Ich könnte mal hier so... Aha! 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 Lass doch! Lass doch! Lass doch! Habe ich noch ein Eier mal. Leute, bis jetzt sieht es für mich eigentlich nicht schlecht aus. Hey! Ach, Mann! Scheiße! 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 Sorry, Leute, dass ich das sage! Oh mein Gott! Ja, ich habe gewonnen! Ja! Und dann glaub ich einfach nicht, was ist das? Nice! Leute, diesmal habe ich jetzt mal die Runde gewonnen. Das glaube ich jetzt mein erstes Mal, glaube ich. Oder... Nein, nein, zweites Mal. Zweites Mal. Auf jeden Fall, Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abo natürlich muss sein. Und... Tschüss!